...und wir haben einen Tisch. 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 Guten Abend miteinander. Unsere Urk-Präsidentin, der Rainer Impfanger. Der TV-Präsidentin Frau von Bolfido begrüsse Sie alle heute Abend zu uns. Ein spezieller Gruss geht natürlich an unsere Ehrenmitglieder, Gönner und befreundete Nachbarsvereine. Zuerst würden Sie wieder die turnerischen Darbeutungen von unserer ganzen Turnerfamilie sehen. Nachher gibt es eine Pause, wo Sie sich alle stärken haben. Auch die Lösung von unseren begehrten Dungbola wird dann verkauft. Wie Sie sehen, hat es dank unseren Sponsoren auch diesmal lezzige Preisen zu gewinnen. Für all die, die kein gutes Händchen hatten, gibt es um Mitternacht noch ein Nietenverlust. Nach der Pause wird zum Abschluss vom Turrverein Rostiapen vorgeführt mit dem Titel An dieser Stelle möchte ich Sie noch bitten, dass Sie während dem Programm aufs Rauchen verzichten aus Rücksicht auf alle Turnenden. Also, lehnen Sie sich zurück. Spannen Sie sich an die Hüse zu sehen. Wir haben uns das Fest offen. Turnenkänzchen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Applaus 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 Ja, mal wieder Pu 나오는 Jo pro Ist das geil, oder? Genau so sollt es töten, wenn wir unser fertig Videofilm demonstriert Und wenn wir einem Deck den Blumen aufkreuz präsentieren. Sag nicht. Der Applaus, genau so haben wir es vorgestellt. Einfach noch ein bisschen mehr. Du aber nöppel, weisst du was? Er hat uns aber der Prezi echte Aufgabe gegeben. Zwei ganze Sekt voll alte Kränzli-Videos zusammenschneiden. Und das erst schon bis Ende Jahr. Super, oder? Was? Bis Ende Jahr? Ich ja. Dann müssen wir den Finger recht rausnehmen. So geht's. Weisst du, wie das Heightech-Teil funktioniert? Easy peasy. Technik? Ich, oder? Kommt schon gut. Kommt schon gut. Schliesslich vorbereitet, oder? Mach ich nicht zum ersten Mal, oder? Wie gesagt, die Sache ist eigentlich ganz einfach. Dann ziehe ich voll die Kassetten, oder? Aber das Kränzli fängt eigentlich immer mit den kleinsten an, oder? Das sind bei uns Muckis, oder? Und ich, eben. Vorbereitet. Schon ein wenig gestöbert, oder? Dann habe ich eine super Muckinummer gefunden. Mit dieser fangen wir, glaube ich, an. Ob es passt, oder nicht. Du hast dich vorbereitet. Ich habe mich natürlich auch vorbereitet. Ja. Muss ich eine gute Musik anfangen? Ja, okay. Schliesslich. Schliesslich. Hey, komm mal ab! Hey, komm mal ab! Ha, 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 ha! Der Felix! Hast du gesehen? Der Felix? Sorry. Der Felix war damit. Fliegen stays da im Wies sing wird. Es Ohne sind gleich geschenkt. Der Felix war damit. Der Felix war trug, denn du. Er war letztendlich tut er mit soft zu glücklich. Schlöm ist das Säkeない mögliche. Aber dann kämpft er am Vgersieß an und carniv. Und ich will singen Das Leben ist für den Baum Wenn ich mit dir die ganze Nacht spaziergehe Und eine Stunde im Haus kann auf der Treppe stehen Das Leben ist für ein Traum mit dir Jede Tag, jede Nacht Möcht' ich gern bei dir sein Ich geh mit dir und du mit mir Und Zeit geht und schnell vorbei Das Leben ist für den Baum Wenn ich mit dir oder im Leben spaziergehe Mit dir ganz eng und schrumpf vor der Haft ihr stehe Das Leben ist für den Baum Mit dir geht's und da, da, da Das Leben ist für den Baum Ich will singen, ich will singen Ich will singen, ich will singen Ich will singen, ich will singen, ich will singen Das Leben ist für den Baum Und ich will singen, ich will singen, ich will singen Und ich will singen, ich will singen, ich will singen Und ich will singen, ich will singen, ich will singen Und ich will singen, ich will singen, ich will singen und 8 Stunden im Haus gar wach der Löffel stehn. Das Leben ist wie ein Traum. Mit dir geht's und trau tauschen. Komm so klar, dann bleib ich an. Es geht nicht mehr, 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 es geht nicht mehr. Es ist doch noch ein Keibe-Keibe-Bürz da, so ein Very Best zusammenzuschneiden. Hätte ich also nicht gedacht. Jetzt habe ich erst bei 15 Stunden ein Video geschaut, jetzt tun wir die Augen schon raus. Sonst nur das Problem habe ich nicht. Wir können die Augen mit diesen Zunzhölzern nicht mehr zugehen. Aber wehtun es in der Keibe. Super, du verraschst mich immer wieder. Weisst du, was ich gehört habe? Willst du eine Reichathletik machen? Hä? Ah nein, es ist etwas anderes. Wurde? Wurde. 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 Aber Anfang, hm? War es gut? Die Muckis. Ja. Ja, aber einen guten Anfang sollten wir haben. Wir haben uns gesagt, Anfang ist doch mal Wut, oder? Dann hören wir so. Ja, aber weisst du... Recht ein, eine gute Einleitung! Es muss nicht ein gemeintes Präsidium langweiliger Red sein. Eine gute Einleitung. Papperlapapp, kein Besüßmast. Kränzli-Video, das hat mit Turnen zu tun. Nicht mit Tränen oder so. Also gut. Da hätte ich nämlich noch eine. Haben sie irgendwo die Räte angelegt? Genau. Weitlerigen, die Rähturne. Geht du? Jawohl. Angeschrieben. Ah, das sehen wir an der Kränzli gerne. Ja, ich glaube, das kommt gut. Du sie mal rein, Wut. Voll. Danke. Das wollen wir zeigen. Los, tschau dir! Ja. 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 Vielen Dank. 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 Ich muss auch noch finden. Ich werde ganz aus dem Anteil. Das war ein Gliesmann. Das war ein Flutzer. Töcki. Töcki. Das ist dein Auto. 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 Schauen wir mal, dass ich das schönes gefunden habe. Warte, warte. Du warst im Archiv. Ich habe etwas studiert. Ich habe in unserer Kiste noch etwas nachgeruelt. Und ich habe doch noch einen guten gefunden. Ja. Wohl. Dann müssen wir unbedingt drauf werden. Frauen reingehen. Frauen reingehen. Ich traue dich. So gut. Halt, halt, halt. Du, Schachtler. Ich. Technik. Ja, 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 ja. Du, aber pass ein wenig auf. Du, die sind zerbrechlich. Wohl. Auf, dammert. Du, aber ein guter Anfang wäre noch gut. Du, die Leitung. 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 Schauen wir nachher in unsere Kiste an. Jetzt wird wieder sterben. Hey, wo hast du dich wieder rumtreiben? Riesen Stress hatte ich nicht. Ich musste Musik organisieren. Ihr wisst, mit Musik trägt es mehr. Ich. Ich. Oh, ich bin das mal an. Ha, ha, ha. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Zigarette, der Schnur in der Luft war. Vielen Dank. 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 Bye. Schau. ... 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